liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren lego news video und jetzt wird es interessant für alle jurassic world fans denn es gibt ein erstes bild zum bisher noch unbekannten beziehungsweise zum bisher noch nicht vorgestellten letzten set der kommenden neuheiten welle nämlich dem set 76 949 das wird giganotosaurus und terizinosaurus attack heißen und kostet 119 euro 99 und ist damit tatsächlich auch das größte set der kommenden welle die dann ab 17 april verfügbar sein wird das bild was uns hier vorliegt wurde als erstes in der paddock nine collecting gruppe auf facebook gepostet und zeigt dass das hat tatsächlich schon in irgendeinem laden verkauft wird insgesamt besteht es aus 810 teilen und wir bekommen hier zwei exklusive dinosaurier drin nämlich die zwei großen neuen die dann auch in jurassic world dominion auftreten werden einmal natürlich der giganotosaurus und als zweites der terizinosaurus wie gut die beiden letztendlich getroffen sind das muss jeder für sich selbst entscheiden ich bin eher skeptisch was das anbelangt ich lasse mich mal dann überraschen ob das dann vielleicht im film genauso wirkt wie es lego hier umgesetzt hat ihr seht für den giganotosaurus wurde ein komplett neuer körper entwickelt und ich dachte erst das soll so eine art rückensegel darstellen was eben auf seinem rücken zu sehen ist aber im film ist es wohl tatsächlich so dass der auf seinem rücken ja so stacheln hat und das ist dann praktisch das was bei lego daraus geworden ist ich hoffe wenn sie irgendwann tatsächlich mal noch einen spinosaurus machen sollten dass sie dann einen eigenen körper entwickeln werden und nicht das hier nehmen weil das sieht weder aus wie der giganotosaurus der im film vorkommen wird und wie ein spinosaurus sieht es hier leider auch nicht aus der kopf scheint derselbe wie beim im dominos rex zu sein der terizinosaurus hingegen nutzt hier denselben körper und dieselben beine wie der indoraptor hat allerdings ein neues kopfteil und auch neue arme an denen dann die großen klauen befestigt werden können in diesem set sind weiterhin zwei exklusive minifiguren enthalten nämlich einmal der alte dr allen grant und auch dr henry wu mit seinem bart den er ja im neuen film trägt außerdem oen grady claire deering ellie sadler und kayla watts gebaut werden können dann hier auch eine zweietagige forschungseinrichtung die mich so ein bisschen an den avengers compound aus diesem set aus dem letzten jahr erinnert hat scheint aber hier glaube ich dann wahrscheinlich das labor von dr wu zu sein dann gibt es hier im hintergrund noch so eine art ausguck könnte auch irgendein baumhaus sein das werden wir dann sicherlich im film herausfinden was es damit auf sich hat wenn das ganze überhaupt vorkommt und nicht wieder auf irgendwelchen konzeptzeichnungen basiert so sieht es nämlich hier bei diesem kleinen helikopter aus der garantiert so er nicht vorkommen wird und ein kleines quad gibt es dann auch noch was haltet ihr denn von diesem set schreibt mir eure meinung dazu gerne unten in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst mir wie immer gerne ein like da und abonniert den kanal ich bedanke mich jetzt erst mal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss bis zum nächsten mal wieder